ich bin hey wie geht es bei mir sehr gut warum schläfst du nicht ich möchte das nicht machen warum schläfst du nicht ich bin deine mutter warum hast du nicht geschaffen entschuldigung du bist kinder aber ich ich komme aus der ukraine das stimmt das ist das wie alt bist du 19 jahre alt ich habe auch kritische politische würze aber kann die sprache leider nicht so wirklich gut alles gut ich kann also ich bin klinik und ich kann polnisch verstanden ich kann nicht auf polnisch reden aber ich habe ich habe verstanden dass einer kregen und den menschen dann sind wir kollegen ich und du kollegen keine schaffen ich alle bledig wo wohnst du in deutschland ich wohne in dreien rheinland pflanz wer bist du 19 jahre alt ja sind wir können aus dem gleichland und kann ausgehen du bist ja schon ich bin ukrainisch ukraine greener warum ich muss schlafen wieso ich bin nicht kinder denn deutsch ist so das ist sehr gut aber ich habe probleme ich muss prüfen machen am 12 der neunten und suchst es deutsch das nicht genug als prüfen deshalb ist nur ich muss jeden mal wie oft bist du so gleich einmal pro pro monat oder pro zwei monaten machen so aber vielleicht ich kann heute noch einmal abends das machen als den traum leider nicht sehr gut also instagram ich habe keine jedes mal ich habe gesagt ich habe kein instagram ich habe ich habe kein whatsapp snapchat dann viel spaß für die patienten irgendwie irgendeine schauke du bist ich brauche keine ich brauche keine whatsapp dann habe ich nicht so ich habe das was welche jahre bist du geboren ich bin 19 jahre alt du bist aber du nicht gut geschrieben ja aber ich denke so mit herzlich willkommen was bist du ich habe keine frage aber ich habe keine frage für die warum warum hast du nicht geschlafen denke ich liebe dich liebe dich auch denkst du bist du bei ihm ich muss schlafen gehen gute nacht gute nacht viel spaß ich liebe dich ich liebe dich auch ich liebe alles alle kinder so und ich habe 251 kinder das beste für mich einfach 251 ich liebe dich so gehe sie ja speak english i speak english little bit heiraten ja ich habe meine so wenn so soziale hirsch bekommt und bürger kriegst klingt gut ich verstehe wenn pika ich verstehe nicht was hast geschrieben ich denke so weit bist du zwei ja hübschen oh ich denke so weit mit dem peter beim senden das war ja hier oh herzlich willkommen ich hoffe es ist schon Pain ich hoffe es ham tut da aufig oberen ich habe echt haupt ich hoffe es ihm gut ich hoffe es Лbi ich hoffe es ihnen 늦ë dann funktioniert ich hoffe es euch fühlt es jalestw mindfulness ich hoffe es nurs衣 ich freue mich überhaupt extra